Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Na, lass kein lustiger Abwärts. Frisch gefangene Egel! Wer braucht einen Adalas? Ventur vato, Dottore. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. A fort, Ditti! Das war's auch schon und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hm? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dad, ichucci den Tag. Der Tag. Ich mache dir da etwas mehr. Vielen Dank.